Oftmals wurde geirrt und ausgebe ich der Genosse Lenin. Wüsten gibt es und Standbilder, Reden wurden gehalten in vielerlei Sprachen. Versammlungen gibt es und Demonstrationen von Shanghai bis Chicago. Meine zu Ehren, so aber ehrten die die Teppichweber von Kujan-Bulak, kleiner Ortschaft im südlichen Turkestan. Zwanzig Teppichweber stehen dort abends, webergeschüttet auch von dem erblichen Webstuhl. Fieber geht um, die Mannstation ist erfüllt von dem Summen der Schwächmöcken. Dicker Wolke, die sich erhebt aus dem alten Kamifritus. Aber die Eisenbahn, die alle zwei Wochen Wasser und Rauch bringt, bringt eines Tages die Nachricht auch, dass der Tag der Ehrung des Genossen denen vorsteht. Musik Und es beschließen die Leute von Kujan-Bulak, arme Leute Teppichweber, Dass dem Genossen Lenin auch in ihrer Ortschaft aufgestellt werde, die gipserne Büste. Als nun aber das Geld gesammelt wird für die Büste, stehen sie alle geschüttelt von Fieber und Zahlen. Musik Und der Roter ist Jeppagamayev, der sorgsam zählende und genau schauende, sieht die Bereitschaft Lenin zu wehren und freut sich. Musik Aber er sieht auch die unsicheren Hände und er macht plötzlich den Vorschlag. Musik Mit dem Geld für die Büste Petroleum zu kaufen und was auf den Sumpf zu gießen hinter dem Kamelfriedhof und in die Schwächmücken kommen, Musik Und zwar zu Ehren des Gestorbenen, aber nicht zu Vergessenen, auch nicht zu Vergessenen, nicht zu gehalten, und zwar zu Erinner des Gestorbenen, es ist nicht zu gehalten, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020